Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Crosswalker aus dem Hause Capital Sports. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Fitnessgerät für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Crosswalker werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, Sport zu Hause ist im Jahre 2020 wirklich sehr, sehr wichtig geworden. Warum? Naja, viele Fitnessstudios hatten geschlossen und jeder Sportler weiß, aus seiner regelmäßigen Fitnessroutine herauszubrechen plötzlich, das ist meistens nicht so optimal und schadet vor allem auch der Motivation beim Training. Und da haben sich viele überlegt, naja, was kann man da machen? Zum Beispiel Fitnessgeräte fürs Homegym anschaffen. Und so ein Crosswalker ist da wirklich ein interessantes Gerät, wie ich finde. Kann auf jeden Fall Sinn machen, was das Fitnesstraining anbetrifft. Aber kommt natürlich wie immer auch darauf an, ja, was du mit deinem Training erreichen möchtest, welche Muskelgruppen du vielleicht besonders trainieren möchtest und so weiter und so fort. Ich kann mich hier in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Trainingsgerätes beziehen. Das macht auf mich persönlich einen fairen Eindruck, ja. Aber ob es für dich das passende Trainingsgerät ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. So, wir können uns auf jeden Fall noch ein paar, wir können uns hier noch ein paar Eigenschaften genauer anschauen. Mit dem Capital Sports Crosswalker Airwalker hebst du sprichwörtlich ab, denn in sanften Schwingbewegungen gleitest du über dem Boden, ohne dabei deine Hüftgelenke unnötigem Stress auszusetzen. Ja, das ist wirklich die, wie ich finde, sehr interessante Komponente an diesem Trainingsgerät. Und so kann vielleicht der ein oder andere so schon entscheiden, oh, wäre das vielleicht besonders gut für mich geeignet oder vielleicht nicht. So, was haben wir hier noch? Hiermit wird hier nicht nur eine vertikale Vorwärtsbewegung, sondern auch eine horizontale Seitwärtsbewegung ermöglicht. Das ist auf jeden Fall wirklich cool, was das Fitnesstraining anbetrifft. So, hoher Komfort beim Training, ja, sowas ist ohnehin sehr wichtig. Außerdem hast du hier noch so ein Display, wo du dir so Sachen wie Kalorienverbrauch, Geschwindigkeit und sowas anschauen kannst. Sowas finden viele Leute auch sehr praktisch. Und ja, Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Meine Einschätzung nach ein Fitnessgerät zu einem fairen Preis, ja, das ist meine Einschätzung. Ob es für dich der passende Crosswalker ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Trainingsgerätschaften auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welches am besten zu deinen Vorstellungen passt. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Capital Sports Crosswalker Airwalker. Das Amazon-Angebot werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich hoffe, dir hat mein Video weiter geholfen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg für dein Fitness-Workout.